Au! Oha, wie fest ist es gelegt, Digga! Einen wunderschönen guten Tag, Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Leute, ich weiß, es ist schon Ewigkeiten her, dass wir auf Barber-Videos reagiert haben. Deswegen ist es heute an diesem Tisch Zeit dafür, auf Barber-Videos zu reagieren. Für alle Leute, die fragen, warum kommt nicht wie früher jeden zweiten Tag ein Video raus, und zwar bin ich jeden Abend auf Twitch live, ja, so ab 18, 19 Uhr, jeden Abend 5, 6 Stunden live. Deswegen schaut mal auf Twitch vorbei, lasst mal ein Follow da. Ja, wir machen da Reactions, Gameplay und so weiter, labern vor den Scheiß, und schaut einfach mal vorbei, twitch.tv slash realbartman, unten ist der Link, einfach draufklicken, followen und dabei sein, Leute. Aber ihr könnt dem Video schon mal einen Daumen hoch geben, wenn Support da ist, Leute, hau ich wieder Videos raus, wie eine Fabrik. Ziehen wir mal den geilsten Kopfhörer der Welt an, Alter, richtig Dings, äh, Außerirdischer. Was macht die Bitte? Was macht das kleine Mädchen? Will das nicht ein Ponyschlein sein, was die... Guck, wie die das machen... Ich würde direkt mal... Hey, ganz ehrlich, Mann, ohne Witz, wenn ich die Mutter wäre, würde ich sagen, was ist mit dir Pech gehabt, ja? Also, was soll ich da machen? Soll ich die Schere beschimpfen oder was dann? Achtung, ey, das kennen wir doch, Leute, das kennen wir doch hier, diese Frisur da unten. Das ist doch der, wo immer dann irgendwas nimmt, auf seinen Kopf schmeißt und die Frisur dann immer noch so bleibt, weil die drei Dosen Haarspray verwendet haben, bin ich mal gespannt, was die machen. Ah, Fahrrad, okay. Oha. Der hat seinen Kopf fast mitgenommen. Der hat seinen Kopf fast mitgenommen, Bruder. Oha, oha, jetzt sieht das... Bruder. Dicke, was macht die? Guck mal, wie die alle gechillt bleiben. Der guckt nicht mal hin. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Leute, wer von euch würde zu diesem Barbier gehen und sich die Haare machen lassen. Seiten, Seiten auf Ziffer. Aber dort könnt ihr nicht sagen, Seiten auf Frauenrechte, da wird die böse. Was sehen wir denn da? Ich glaube, hier passieren gleich irgendwelche Schmerzen, Leute. Und da sind wir natürlich immer mit dabei. Also, wir gucken uns jetzt mal an, Nacken wachsen. Okay. Bin ich mal gespannt. Hab ich noch nie gemacht. Oh, oh, Copyright-Musik. Ey, Mann, der hat aber auch stabile Nackenhaare, Bruder. Ich hab auch, ich hab auch stabile. Ei, 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 Bruder. Oha, wie viele Haare. Tschüss, auf einmal, Digga. Dann hat er aber seine Ruhe für auf jeden Fall ein paar Wochen. Stabil, guck mal, was für einen Nacken der hat, Mann. Da kann man richtig, so richtig drauf klatschen, Mann. So richtig. Heftig. Ey, das tut bestimmt weh am Nacken, Mann. Ich hab auf jeden Fall stabile Haare. Also, immer wenn er, wenn er mir dieses Ding da rummacht und dann abmacht, nachdem er meine Haare geschnitten hat, rasiert er da einmal. Aber, hey, Leute, was sagt ihr? Soll ich mein, soll ich zu Amar gehen und meinen Nacken so wachsen lassen? Aber ihr müsst was dafür tun. Und zwar, 7000 Daumen nach oben auf dieses Video. Und einmal in die Kommentare schreiben, Hashtag auf Nacken. Dann geh ich zu Amar und lass meinen Nacken wachsen. Bis runter zu den Schultern so. Lass ich auf jeden Fall wachsen, Digga. Ey, ich bin gespannt, wie es sich geht. Ich bin gespannt, wie Seite 0 Amar das macht, Leute. Also, macht was dafür. Dann geh ich zu Amar. Dann gibt's einen fetten Vlog. Äh, Nacken wachsen. Nacken waxing. Was ist das denn? Oha, das ist ein Junge. Ja, ich denk schon. Oha, der lange Haare. Und jetzt alles ab, oder was? Stabile Entscheidung, Bruder. Boah, die Musik ist aber laut, ey. Oha, goldene Maschine auf dem Start, Bruder. Also, ganz ehrlich, diese Best Barbers, die sind immer richtig... Oha, was war das für kühler umgedreht, oder was? Tribal am Stissel oder Mizzle? Oha, bis in die Augenbrauen rein. Ey, Leute, stopp. Stopp. Ey. Jeder meiner Zuschauer, die meine alten Videos kennen. Ich bin mal gespannt, wie viele Zuschauer davon am Start sind. Was passiert in mir, wenn ich Rasiermesser an Augenbrauen sehe? Was für ein Gefühl widerfährt mir, ja? Wenn ich Rasiermesser an Augenbrauen sehe? Ich bin gespannt, wie viele von euch treue Zuschauer sind. Und schreibt das in die Kommentare. Ich bin gespannt, Digga. Ja, das ist auf jeden Fall... Ich merke es schon wieder. Ich merke es schon wieder. Uff, ja. Uff. Oha. Was ist das denn? Sind das Schuppen? Was ist das denn? Sind das Schuppen? Schuppen? Oha. Heftiger wo? Heftig. Oha, sein T-Shirt auch komplett voll. Ja, tschüss. Aber ey, guck mal, was für eine Typveränderung, ja? Jetzt sieht er wenigstens wieder aus wie ein Typ. Ja, was heißt Typveränderung, ja? Also, ja, jetzt sieht er halt wieder aus wie ein Typ, ja? Oha, jetzt kann er so in seine Schulklasse reingehen. Uff, ja. Stabil. Stabiler Übergang. Ja, die Linie muss nicht sein. Bissen die Augenbrauen rein. Aber, guck mal, wie der vorher aussah. Also, definitiv, äh, definitiv Typveränderung. Moment, lass mal hier analysieren, Digga. Ist es zu Hause bei denen oder ist es ein Barbershop? Guck mal, wie die Couch aussieht. Richtig gemütlich, sein Vater. Äh, nee, okay, das ist ein Barbershop. Hier ist Stuhlmull, da ist noch ein anderer, äh, Barber, Marber. Aber was für eine gemütliche Couch, ja? Also, Wartezeit, definitiv hinlegen, schlafen, oder? Heftig. Ja. Au! Oh, wie fest es klebt, Digga. Guck mal, man sieht auch schon, wie fest es klebt. Der ist RIP. Oder der ist RIP? Türke, Türken, oder? Oh, ja, guck mal, fest es klebt. Du hast es mit Dings dran gemacht, mit Sekundenkleber noch. Guck mal, guck mal. Also, kann man das eigentlich schon als Vergewaltigung sehen, oder, äh, oder nicht so? Was ist das? Was war das? Was war das aus der Nase raus, Bruder? Was war das aus der Nase raus? Okay, das kann ich ja mit meinem normalen Menschenverstand nachvollziehen hier, okay? Der hat hier so Dings dran gemacht, damit es hier so schmaler wird. Aber was kommt da aus der Nase raus, guck mal. Was war das? Was war das aus der Nase, Bruder? Guck mal, das Gesicht geht immer runter. Guck noch mal. Oh mein Gott, Marc, was? Ey, ich könnte das bis morgen schauen und würde immer noch nicht raffen, was da alles passiert, Digga. Ey, kann mir jemand bitte sagen, was das aus der Nase sein soll? Für was? Für was? Gegen Nasenbluten. Für was, Digga? Was glättet der da? Ey, guck mal, wie lang seine Haare sind, Digga. Ey, wenn du so wenig Haare hast, dann machst du doch alles ab, oder? Oder machst Haarteile oder machst Haartransplantation. Aber wenn du so wenig Haare hast, dann lässt du die doch nicht so lang wachsen, oder? Nee, oder? Ey, was? Könnt ihr es sehen? Moment, ich schieb es noch ein bisschen. Oha, guck mal, vorne sieht es richtig dicht aus, Bruder. Was, bitte, guck mal. Oha, ey, das... Also... Egal, ob viele schreiben würden, jetzt ein Regen und alles ist weg. Ja, kann man ja bei Make-up bei den Frauen auch nicht anders sagen, ja. Einmal Regen, alles weg, ist ja so, ja. Aber krass, mal, krasser... Heftig, ja. Guck mal, was für ein Unterschied, Mann. Ey, what the Jiggly Diggly. Leute, hört mal zu, wir haben noch abnormal viele geile, kranke Videos hier vor uns, auf diesen drei Seiten. Wir haben erstmal eine Seite und da sind wir noch nicht mal durch, Digga. Also, wenn ihr weitere solcher Videos wollt, innerhalb der nächsten Zeit, bam, 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 bam. Dann, Daumen nach oben, Kommentare, teilt dieses Video bei euren Freunden in den WhatsApp-Gruppen oder Insta-Stories. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Screenshot macht von einem Video in der Insta-Story, mich verlinkt, at der Bartmann, teile ich euch in der Story, in meiner eigenen Story weiter, ja, weiter teilen der Story. Supportet dieses Format, show some love. Support ist kein Mord. Dann haue ich das nächste raus. Wir haben nämlich richtig, richtig viel Material vor uns und das ist auf jeden Fall stabiles Material, Leute. Für alle Leute, die mich jeden Tag sehen wollen, die meine Fresse hier jeden Tag live sehen möchten, kommt auf Twitch rüber, macht euch einen Account, wenn ihr keinen habt. Schaut mir zu, wie ich scheiße labere. Twitch.tv slash realbartmann, unten ist verlinkt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin raus. Peace out, euer Bartmann. Peace.